Für mich persönlich ist das eine Riesengeschichte, mein Heimatverein, meine Heimatstadt, da Cheftrainer sein zu dürfen, das ehrt mich sehr. Ich weiß aber auch natürlich, was gefordert wird. Ich weiß natürlich auch, wie die Fans den FC leben und lieben. Und ich weiß, dass ich dann der Pflicht bin, alles dafür zu tun, dass wir auch Punkte einfahren. Die Mannschaft arbeitet super mit, hohe Intensität im Training, kann ich mich nicht beschweren, sehr gut. Das sind alles Profis, die ihren Job nachgehen müssen. Dafür kriegen sie auch die entsprechende Kohle. Und wer schlussendlich da vorne steht als Cheftrainer, muss auch ein bisschen egal sein. Und der Verein hat so entschieden und jetzt haben sie auch zweieinhalb Wochen die Möglichkeit, richtig Gas zu geben, um auch ihren Marktwert und auch was für den FC zu tun.